Im Karge-Inzidenz inzwischen bei Finsenburgern, der Sonnabend ist auf Kreisland. Vor allem in der Region von Kurloch und in dem Kreis in Frankfurt, der Kaufschuf Mettheim und Schliebburg, die in Wienzeleiterung. In der Holzberge aus der Redaktion an das Briefing wird, wie reagiert das Land herum? Dem Land und auf den Kreisen sei klar, dass gehandelt werden muss, das hat eine Regierungsprächerin heute gesagt. Einmal wird sich in der Sachsen früher als in der Antie mit dem Grund untereinander in der Land zusammensetzen. Die nächste Runde war eingesetzt für den Norden, aber auch die Grenze daran hat sich inzwischen gezeigt, dass schon ein Land vor dem Kreis ist. Das Land spricht aber schon letztens mit den Landkreisen, wo wir reagieren werden heute. Schon kommende Wochen können sich also viele Regeln ändern. Schwierig daran ist ja, dass die Zahlen steigen, das nimmt eine Gefahr, aber gleichzeitig sind viele inzwischen auch geimpft. Wirtschaftsminister Althusman hat ja in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, wie Grenzwerte im Stufenplan hochzusetzen. Dann würden länger die lockeren Regeln gelten, hochwertigen Zahlen scheiden. Gehört das zum Plan der Landesregierung? Das sind die Regierungssprecherinnen heute nicht bestätigt, denn sie sagt einfach, die Grenzen zu verschieben. Das würde dann ja alle Bereiche betreffen. Also man könnte beispielsweise Diskotheken offen bleiben, wo sich das nicht mehr Menschen anstecken. Das könnte nicht im Sinne des Empfinders sein, so die Sprecherin. Wie genau die Regeln angepasst werden sollen, das werde jetzt mit den Landkreisen erst abgesprochen. Denkmal ist da so, dass wir noch kommen können, wo stecken.